Ah, ich muss ja noch reden, genau. Ah ja, Schüler, Schüler, du hast einmal stehen geblieben, oder? Ja, freilich, setz dich einfach einmal nieder, rast dich ein bisschen aus und dann werden wir schon schauen, dass wir irgendwas zusammenbringen. Aber wir hätten jetzt einige Schüler, die das Taufwasser kosten dürfen, die Alexandra, den Emmerich, kommen, 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 kommen können. Daniela, Jeitler, Jeitler, wo ist die Daniela? Wo ist die Daniela? Für die erste Angst, Rekka? Du, wo ist die Martina? Martina! Kommen, kommen! Thomas, Kallmetzer, wo ist der Thomas? Die Kenzer kann mich inzwischen schon mal beklemen, da, ja? Du bist ja 16 Jahreig alle aus, nieder. So schwäschig ist der Nettronach wieder, nieder. Wärmer, was reicht. Ja, aber dann bist du da unruhig.